mein tipp ist dazu immer die zeit durch drei zu teilen also ein drittel der zeit braucht man pi mal daumen es gibt so ein paar ausnahmen da ist es anders bei manchen gemüsesorten oder bei manchen hülsenfrüchten aber er liegt da schon ganz richtig wenn er sagt das gericht was ich kenne dauert eine stunde dann wird es eben 20 minuten im schnellkochtopf dauern wenn ihr euch unsicher seid und vielleicht denkt na ich habe zum beispiel diese knödel die neigen manchmal dazu unter druck sich so auszudehnen und dann zu zerfallen die könnt ihr auch einfach nur dämpfen also dann benutzt den schnellkochtopf einfach zum dämpfen dann arbeitet man ohne druck und dann kann man sich so rantasten beim nächsten mal stellt der druckstufe eins ein dann ist die temperatur etwas höher wenn das gut klappt könnt ihr auch mal dann stufe drei probieren dann geht es natürlich noch schneller aber so kann man sich ganz gut rantasten ein vorteil bei dem drucklosen gahn ist eben auch dass man den deckel jederzeit abnehmen kann und reinschauen kann und sieht was da gerade passiert das und vieles mehr findest du auf siebenhauben.com